Hey ho, ich und Sebastian wollen euch nun zeigen, was man mit der Presse alles machen kann. Zunächst einmal der eigentliche Nutzer. So, nun bedienen wir einmal die Presse. Tu's! Der Hebel wird runtergelegt. Die Presse geht zu. Und tot. Eigentlich müsste ich jetzt tot sein und, das sind sie, sie leben. So, jetzt bin ich dran. Einmal kurz den Geschütz abbauen. So. Nun, seht einmal, was mit unserem lieben Let's Player passiert. Nein! 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 Ich hab gesehen... Jetzt ist John da drin. Tot. Fehlen nur noch Sebastian. Es ist mir jetzt zu zweimal gestorben. Ich will mal sehen, wie das Ding von der Seite zugeht. Das hab ich noch nie gesehen. Ich war einfach nur hoch. So, die Wand. Nein, ich war rausgekratzt. Verdammt, ich wollte dich reinloggen. Aber jetzt geh mal rein. Ich... 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 Wenn ich reingehen kann, dann... So. Sag, jetzt nimm auf. Wollen wir gleich mal alle drei zusammen sterben? Oh, ist das böser. Ja, das geht. Man kann die auch von innen drin bedienen, die Maschine. Ja, dann lass mal alle reingehen. Oh mein Gott, ich hab grad so mega viel Geld verloren, ne? Ja, ich hatte grad auch noch über 13.000. Okay, das geht sogar noch. Komm rein, Junge. Ja, dann wieder fehlen. Warte, erst geschützt aufstellen. Warte, 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 warte. Kannst du aufstellen? Ich kann aufstellen. Geht los. Der Spaß. So, mich hat es dir mal gefreut. Ich hoffe, euch hat das kleine Special gefallen. Abonniert und so und so.